hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal ich möchte euch heute hier einladen mit mir hier eine kleine wanderung zu gehen wir sind hier in oberberg talen wipptal auf 1439 meter und gehen hier zum oberberger see und dann zu steiner alm hinauf ich hoffe euch gefällt hier die kleine wanderung und habt natürlich spaß hier mit dabei und Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.